Achtung, Fans von Borussia Mönchengladbach! Macht euch bereit für eine bombastische Nachricht, die in dieser Saison alles verändern könnte. Heute bringe ich euch eine überraschende Enthüllung über ein junges Talent, das endlich seine große Chance im Verein bekommen könnte. Oskar Fraulo, das vielversprechende 19-jährige Talent, kam 2022 zu Borussia, hatte bisher aber nicht viele Chancen zu glänzen. Aber was wäre, wenn ich euch sage, dass sich alles ändern könnte? Ja, das Talent von Fraulo könnte endlich belohnt werden. Bevor wir mehr Details enthüllen, bitte ich euch, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr keinen Moment dieser überraschenden Nachricht verpasst, die bald kommt. In seiner ersten Saison hatte er nur zwei Einsätze in der Bundesliga und spielte insgesamt nur sechs Minuten. Aber keine Sorge, die Geschichte steht kurz vor einer aufregenden Wendung. Der neue Trainer Gerardo Seohane hat aufregende Pläne für den jungen Spieler, aber laut Informationen des renommierten Bildportals erwägen die Klubverantwortlichen die Möglichkeit, Fraulo noch in diesem Sommer auszuleihen. Die Frage ist, könnte die Ausleihe die Chance sein, die Fraulo braucht, um sein volles Potenzial zu zeigen? Die Erwartungen sind hoch und die Entscheidung könnte ein Wendepunkt für unser Borussia Mönchengladbach sein. Jetzt möchte ich eure Meinung hören. Was haltet ihr von dieser möglichen Wendung in Oscar Fraulos Karriere? Lasst eure Erwartungen in den Kommentaren und gemeinsam werden wir diese aufregende Geschichte verfolgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.